Bei mir auf der Hand zappelt die Lissi, eins von vier Chinchillas, die Anfang März ausgesetzt wurden in einer Schachtel vor dem Tierheim, beziehungsweise am Personaleingang, zu einer Zeit, wo anscheinend die Aussetzer wussten, dass niemand da ist. Wie gesagt, es waren insgesamt fünf, beziehungsweise eins ist gestorben, ja, leider. Sonst, die vier sind topfit, haben auch inzwischen noch ein Junges bekommen, nachträglich, das natürlich noch nicht zu vermitteln ist. Sonst sind sie total in Ordnung, die vier Mädels, sind auch sehr zutraulich, handzahm. Auf jeden Fall mindestens zwei oder auch gern sogar mehr, sie sind sehr verträglich normalerweise, auf keinen Fall alleine halten. Viel Auslauf natürlich, beziehungsweise einen großen Käfig oder natürlich noch schöner, dass sie vielleicht mal im Zimmer herumrennen können. Es sind nachtaktive Tiere, also nichts für Kinder, nicht unbedingt für Kinder gedacht. Sehr speziell im Futter, beziehungsweise sie dürfen also hauptsächlich nur Heu, beziehungsweise spezielles Chinchilla-Futter bekommen. Also nicht so wie Kaninchen oder Meerschweinchen, muss man sehr aufpassen. Es sind also sehr spezielle Tiere, ganz, ganz tolle Tiere, sehr toll zu beobachten. Sie brauchen auch unter anderem ihr Sandbad jeden Tag, wo sie sich wälzen, putzen können und so weiter. Es geht schon mit Kindern auch, aber halt man muss sie wirklich sanft behandeln. Sie sind ziemlich zerbrechlich, nicht fallen lassen, sie zappeln ziemlich, sind jetzt nicht unbedingt gerade die Schmusetiere.